hey leute und willkommen zu diesem neuen video und in dem heutigen video werden wir mal marvel svengers weiter zocken fangen wir an jetzt sind wir mit miss marvel sind hier rausgeklettert weil wir zu unserem hauptbasis möchten ja es war ja die fähigkeit seine hände und sowas größer also so gesagt gummiartig sie ist halt gummiartig die mauern zu klassen kann dasselbe ok weiter let's go so let's go weiter hier rüber zack so rüber da war ein comic das nehmen wir mal mit ja miss marvel captain marvel caps marks the spot caps marks the spot so da danke für die unterstützung So geht's So geht's Okay So Und jetzt Ich muss es noch ein bisschen ziehen So und hopp Und das Hm 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 Was ist da los Niemals. Talton hat ihn eingesperrt. Es gab keine Fehlfunktion. Er hat Cap getötet. Oh Gott, er hat Cap getötet. Was? Was glaubt ihr, wer ist das? Hm? Hm. Na? Na, na, na? Na, na, na? Na, 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 na? Jemand sollte sich das ansehen. Sei einfach klug Kamala, übergib die Beweise und es ist erledigt. Ich glaube, jetzt geht's runter. Und wohl, wer ist das? I. Ja. Ja. Das gibt's hier. Joss ist jetzt zusammengewirkt. Und in welche Richtung? Achso, in den. So. Zack. Rüber da hin, dass der da fangt. Und hier sind wir im Heroes Park. Iron Man? Die Opfer, die alle am A-Day gestorben sind. Deshalb macht Abu sich solche Sorgen. Das ist ein guter Platz, um die Cap-Statue zu beobachten. Okay. Oh. Halk-Statue zerstört. Hm. Das ist zu lange her. Hm. So. Oh. Oh. Hey, hey, hey. Wo willst du hin? Nach Hause. Wirklich? Jetzt schon? Hey. Willst du ein Drink? Nein. Nein. Was? Erweist du deinen Respekt? Ich nehm nur ne Abkürzung. Das ist alles, Leute. Ne Abkürzung. Komm schon. Verschwinde da. Klar. Cooles Feuerzeug. Du willst, dass sie zurückkommen, hm? So, dass sie mehr von uns töten können? Was? Nein. Nein? Nein. Was denn dann, hm? Stehst wohl auf den Humans. Kommt schon, Leute. Scheiß ein paar Gesamten. Äh. Hört auf! Alles in Ordnung? Ha. Der Kerzenjunge hat ne Freundin. Zack. Check mal ihre Tasche. Was? Was ist bloß los mit euch Typen? Ich will nur nach Hause, okay man? Mann, was soll denn das? Mein kleiner Bruder war beim A-Day. Er schrieb irgendeinen blöden Scheiß über Captain America. Das war nicht Cap's Schuld. Das ist alles ihre Schuld! Er ist ein lila Freak geworden! Und dann haben sie ihn entführt! Oh! Beruhig dich! Zack, es reicht mal! Jetzt ist er tot! Er ist tot! Zack! Er ist tot! Zack! Pass auf! Sie ist eine von denen! Oh! Halt dich fern von ihr! Wir müssen weg! Alter! Alles okay? Ah... Oh... Komm, lass uns verschwinden! Fass mich nicht an! Was? Äh, du bist doch Tiny Dancer, oder nicht? Was soll ich damit machen? Wovon redest du? Bitte lass mich einfach gehen! Shit! Die Dings kommen schon! Nein, die haben mich geschnappt. Shit! Ich muss weg! Wenn sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand! Uh-oh! Um die hinwollen gehe ich nicht hin! Kein Radzeichen von Flüchtigen im Human! Ja? Oh! Oh! Sie sind überall! Shit! Nein! Nein, 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 nein! Huh! Ich wurde nicht hier! Huh! Digga, muss los! Ganz schnell! Kann ich noch nach Hause? Wissen Sie, wer ich bin? So. Ja, die Kanalisation! Zum Park hat sie gesagt! Triff Tiny Dancer hat sie gesagt! Blöd, blöd, blöd! Oder nicht? Okay. Dann halt nicht in die Kanalisation! Ja, jetzt! Dekanalisation! So, geh doch ruhig weiter! Ruhig weitergehen! Du hast nichts gesehen! Weiter, weiter, weiter! Yes! Keine Alexen! So! Oh nein! Das ist noch widerlicher! Oh! Warum? Oh! 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 Leider schon! Leider schon. Oh! so schnell da ist so und ich kann hier raus die teleportieren kann na klar so okay da ich muss da nach oben und wer ist wohl da shit du bist ein risiko du oh schön du bist wach es tut mir wirklich leid diese syntholz folgen nur ihren sicherheitsprotokollen der diebstahl privater information ist ein ernstes vergehen monika geben sie einen moment mhm hey was geht hier vor wohin bringt ihr mich dorthin wo es sicher für dich ist entschuldige todelten 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 hast du etwas gesucht hast du etwas gesucht das heilmittel vielleicht kamala aber aim hat nur vor uns alle von der willkür der reichen und mächtigen zu befreien in den händen einzelner ist unbegrenzte macht gefährlich sie ist tödlich aday ist ein beispiel dafür du hast glück dass du noch lebst aber mit technologie können wir ihre fehler beheben wir können dir dein normales leben zurückgeben aber wollen die intimen das hören sie ich ich habe das passwort nur erraten okay ich hätte nicht gedacht dass ich es schaffe sie ist gewalttätig ihre infektion verschlimmert sich wohl was ich wollte doch niemanden verletzen natürlich nicht aber was passiert wenn du wieder die kontrolle verlierst hm was passiert wenn du jemanden verletzt den du liebst sogar die avengers mussten für ihre hybris büßen leider 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 aber das wird nicht lange so anbleiben ähm waren sie da ich meine als Cap star waren sie da ja ich hatte glück monika fand mich auf der kommandobrücke ihre regenerative formel war meine rettung komm schon kamala tun wir es einfach ja lass dir von aim helfen nein danke ich verzichte verdammt george schnappt euch das mädchen los george starten hm modok was hast du denn gedacht der resistance beitreten eine heldin werden ja und genau das ist was wir tun werden jetzt denkst du es nach ich hab was los ich hab was los warum hast du darüber nicht früher nachgedacht hm wo's äh was ist ist die resistance weiß was zu tun ist oh oh lauf 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 kamala lauf hopp und hopp dann hopp und hopp es gibt kein versteck ich muss aus der stadt raus hopp und hopp hopp zack und hopp zack na um oh shit uah und zack so zack oh stehen bleiben dieser mensch ist ebenfalls da der teleportieren kann dieser mensch ist ebenfalls da der teleportieren kann Kamala Khan bleib entgegen ah 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 sprich sprich ah 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 zudrücken mit großen Händen ah 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 und da wurdest du ebenfalls gefunden und jetzt kommt der coolste Teil und zwar kämpfen ok ok gehen wir es an kamala Khan ok ok bitte ergeben sie sich den aim einleiten ihr wollt Kräfte sehen? na schön ja bei die positiv mein willkommen ist im jubel so ah 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 so ja kommt auch noch warum findet ihr das ja mehr? na ja kommt auch noch Könnt, als die anderen. Könnt ihr halt nicht. Diese kleinen Scheiß-Bots. Hopp, hopp, hopp. Zack. Zack. Bam. Hm-hm. Hm-hm. Let's go. Zu den Bussen. Oh, okay. Subjekt 1102. Es kann sich selbst klonen. Nahezu perfekt. Mit der Ausnahme einer leichten Farbvariation der Augen. Die Zellen teilen sich in der Mitte und formen zwei separate Individuen. Oh, es ist wie beim planarischen Plattwurm, nur menschlich. Genau. Und alle Erinnerungen des ursprünglichen Subjekts werden gespeichert. 0925 kann wirklich mächtige Energieschübe erzeugen uns. Und da sind mindestens ein halbes Dutzend mit erstaunlichen Feuerfähigkeiten. Wir schaffen uns ein Arsenal. Programmierbare Macht unter unserer Kontrolle. Keine Helden und keine Fehler mehr. Wird Zeit für eine neue Dosis. Mir geht's gut. Sie lagen sechs Monate im Koma. Und davor konnten sie ihren Husten kaum unterdrücken. Noch einige Dosen meiner regenerativen Formel. Und ihre Behandlung ist abgeschlossen. Sie stellen an diesem Denkmal immer noch Kerzen auf. Wäre der Hammer nicht, hätte ich's schon eingerissen. Hören Sie auf damit. Wieso soll die Öffentlichkeit denken, dass sie sich noch um die Avengers sorgen? Meine Leute werden das schon erledigen. Wir müssen Adeptoid starten. Sagen wir es so ziemlich. Okay, dann nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Toten wird verrückt. Das ist schon mal sicher. 100%. 100%. 100%. 100%. Das ist schon mal sicher. Oh. Okay. Okay. Das ist der Anschluss von Yusuf Kahn. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe zurück. Hey Abu, ich hab deinen Rat befolgt. Ich bin mit den anderen zu diesem Ferienort gereist. Unglaublich, dass mein Handy hier überhaupt keinen Empfang hat. Ich kann hier tatsächlich nur über diese Telefonzelle jemanden anrufen. Na, sicherlich. Jedenfalls, du hattest recht, wir haben richtig Spaß. Nee, und du bist nicht mehr in dem Ferienlager. Ich werde artig sein. Hab dich mehr, Lieb. Ich glaube, ich hätte gesagt, ich bin jetzt mal ein bisschen weg, werde einer Weinschauer. Ungefähr. Okay. So Leute, ich würde jetzt sagen, ich beende mal hier die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da unterbundet ihr den Schaum, nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.